Wie liegt das Geld von denen? Ja, doch inzwischen billig ist es glaube ich. Ist das ein dauerhafter Anspruch, den ich da habe? Ja, Trier ist eh nicht so eine tolle Verbündete, glaube ich. Hat schon mal irgendwas sinnvolles gemacht? Ich glaube nicht. So, kann ich mir das einverleiben? Kann ich sogar. Warte mal, so kriege ich 29, wenn ich das da rüber mache, kriege ich auch 29. Das ist also nur relevant, wenn ich das Ganze über Religionskriegsgrund mache. Soll ich mal Fleckenstein erobern? Hebe mir noch ein Stack aus. Ich glaube, es ist jetzt viel aggressiver Explosion. Oh, das gibt es sogar. Was ist ein Fleckenstein? Was soll ich mal Fleckenstein angreifen? Kann ich nicht angreifen? Ich habe immer noch Handelsmacht die Beziehung. Ich möchte die Handelsmacht auch schon gerne behandeln. Es gibt auch bestimmt noch ein Land, wo ich das noch nicht habe. Ah, Ingolstadt. So, ja. Warum jetzt erst mal nicht mehr? Das Problem ist, die müssen halt alle katholisch sein, sonst geht da gar nichts. Heilbronn. Auch noch eine Übertragung. Eichsfeld ist dann wieder... Wieso ist denn Eichsfeld mit Großbritannien bitteschön verbündet? Was? Das ist doch schon wieder eine Schiederei hier. Ist das ein Dauerhafter Anspruch? Ja. Wie keiner meiner Verbündeten mehr hätte, Ich würde mir helfen wollen. Da finde ich die Diplomatsch-Reporation. Kämpfe im anderen Krieg. Diplomatsch... Achso, weil ich gerade was annexiert habe. Richtig. Ach. Ich müsste das Vertrauen, glaube ich, mal erhöhen. Äh, Moment. Falsch. Das ist ja nicht mein... Das müsste mir, glaube ich, sogar helfen. Ja, Kroatien zumindest. Schweiz ist Verteidiger des katholischen Glaubens. Ist die Schweiz immer noch mit Polen verbündet? Ja, ich hätte das auflösen. Irgendwas macht, das ist halt einfach falsch. Katholisch. Lamberg ist auch katholisch. Darum einfach mal protestantische Arschgesichter. Wird beschützt. Oh, die Wildkraft. Schafft. Da würde mein Bündnis mit Tria hinübergehen. 19 November 43 ist doch bald, ne? Bitzbold. Oder warte ich jetzt einfach weiter? Da kommen bald Rebellen hoch in einem Jahr. Das ist mal so böse, als ob ich Kriegs wurde. Ah, Fleckenstein ist doch ganz... Wieso greife ich das nicht einfach mal an? Ich warte auf jeden Fall noch ein Jahr. Ach, von Fleckenstein mit Utrecht verbündet ist. Deswegen greife ich das nicht an. Bist doch Hanke wie immer Bündnischer. Der hat ja diesen Kack ausgedacht. Oh, die Schweiz kommt nicht mit. Katalonien. And you. Außer zum Bayreuth. Ja, natürlich. Mach dir die Schweiz grad. Du bist mit dem Verbündet. Ne, du bist mit dem nicht verbündet. Die Schweiz ist grad beschäftigt. Aber Kroatien. Dann kommt Kroatien wieder mit. Und da kommt so viel mit. Da kommt die Schweiz mit. Da kommt überall in die Schweiz mit. Das sind deine Rivalen. Kastilien und Dänemark. Kastilien kommen hier nicht mal ansatzweise ran. Warten wir jetzt mal das Jahr ab. Wir schlagen bei der Gelegenheit mal diese. Rebellen noch tot. Sind nur 7000. Die kann man mal schnell alle töten. Töten. Toten. Alle mal schnell Toten hier. Tote sie mal. Tote sie. Apropos Toten. Warum steht ihr auf meinem Grund? Verpisst euch. Was? Was kann meine Armee noch weiter begrößen? Sicherzustellen, dass mir hier keiner angreift. Was willst du jetzt für ihr Gesicht sagen? Dass ich nicht darauf reagiert habe, dass November 1943 ist. 45.000. Ja solide. Halbe Million Mann. Solide. Äh. Apropos Wangen. Ich habe noch ein Plätzchen frei, ne? Hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Ich habe ein Krunkabo geschenkt bekommen. Wer nur Müll verschenkt, der bekommt auch nur Müll geschenkt. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich muss erst noch diesen Versal was resieren. Ich muss noch diesen Versal was resieren. Was soll mir dieser Kasten jetzt sagen? Gut. So haben wir noch einen Versalien mehr. Er bringt nicht viel, aber hey. Kostet auch nichts, ne? Ich muss noch einen Kasten machen. So. 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 Der Concert hat keinen Bock. Da gerade reinzukommen. Ist 0815. Genau. Ja? Ich habe keine Ahnung, woi tu da 0815 liest. Was? Das ist definitiv keine 0815. Das ist irgendein Kasten. so schweiz kommt nicht mit rein schweiz bekämpft ihr selbst ich lade aber sie jetzt haben kroatien trier ein mal richtig mit ein klar mit den engen ich soll jetzt sagen jetzt sind wir noch irgendwo anders wo es besetzt durch die schweiz es ist komplett durch die schweiz besetzt ach das ist jetzt euer lense ich weiß nicht irgendjemand hat mir das beschissene billigtablett geschenkt das hat halt keine auflösung das hat halt einfach keine bessere auflösung ja das ist unklassig kroatien regeln und ich solle vielleicht noch irgendwas da hinschicken überraschenderweise geht es tatsächlich noch weiter hätte ich jetzt nicht erwartet aber ich kann nöttingen nicht mehr beanspruchen problem ist ich kann jetzt hier nicht weiter solange die im krieg mit der schweiz sind aber der krieg sollte nicht so lange dauern naja wobei ich weiß aber der KI immer nicht so genau Wunsiel auch sehr fränkisch und auch ein verleibt sieht bei mir aus wie ein Kasten kauf dir mal richtige Zeichen komm kauf dir doch mal bei einem richtigen Streamer Zeichen zum Beispiel bei mir ich habe keine Zeichen und ich so aber hängt gib doch mal jemand vernünftigeres Geld mir ah Trier regelt das Trier regelt das ne warum ich gar nicht erst hingehen Cardbus eingenommen ich vermute der Krieg wird noch etwas dauern bis die schweiz hier oben kapituliert und so und so indien was mache ich denn mit dir ne hunde jetzt habe ich gar keinen bock nur hier ewig zu kämpfen so ich mache so einfach nicht so ich mache so einfach nicht ha ha so ich habe außerdem Rebellen getötet frohlich nicht das will ich doch immer nicht so das nächste sind 5% Disziplin dann habe ich 116% äh für Absolutismus habe ich denn inzwischen 28 es geht auch nicht rauf ich habe nicht mal gedacht dass ich soweit komme Meeres Schönberg sind wir noch nicht aufgetaucht ihr macht das da unten oder muss ich nichts machen so ja ich muss mal rekruten das ist ja schon im Moment war das nicht verbunden das war noch gar nicht verbunden ja sehr gut du bist katholisch das ist nicht so gut links halt auch ich Tübingen Tübingen Spionage Netzwerk aufbauen was ich habe da schon ganz viel dann kein Spionage Netzwerk aufbauen was ist denn da da ist so komisch aufgebaut Tübingen ich bin nicht plötzlich mit der Schweiz oder so 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 geht das nicht weiter wieso hat denn Bamberg da einen Kern ach Bamberg warum bist du so scheiße Bamberg stink zettel doch jetzt mal einen Glaubenskrieg an ich führe doch gerade einen Glaubenskrieg hier Auslöschung der Ketzerei ne Frängische Rückmeldeparotische Ketzerei was für einen Krieg soll ich sonst anzetteln das ist mein Lieblingskrieg weil er nur 15% aggressive Expansionen macht na sie erheben sich doch nochmal ich dachte sie würden sie jetzt einfach nicht mehr erheben Schweiz möchtest du nicht mal Frieden machen nein du bleibst jetzt ewig in diesem Kriegszustand jetzt sieht es da unten aus ja unten sieht es auch sehr gut aus kann ich jetzt nicht weil die Ideologie gleich wieder hoch muss oh sie haben Frieden gemacht ja geil oh Moment sind jetzt schon wieder in dem Krieg oh Gott schnell alles besetzen bevor es jemand anders tut naja da tut schon jemand anders jetzt brauche ich auch nicht mehr jetzt brauche ich auch nicht mehr jetzt muss ich mal gucken wie ich das mache also ich kriege nur 75% wenn ich das so mache deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel 55 aggressive Expansionen und wenn ich die so mache habe ich dann 73 ok ähm oh das ginge sogar wenn ich das so mache ging es definitiv nicht ich möchte nichts Kroatien geben die haben schon genug aber Kobo ich würde schon gerne mitnehmen von den kann ich gar nichts nehmen weil ich nicht genug erobert habe ja ich müsste jetzt noch warten bis der Krieg auch noch zu Ende ist aber da habe ich gar keinen Bock drauf grillen 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 da kann es mal woanders grillen die sind noch voll 4 4 4 4 3 5 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 6 6